Hallo, hier ist Meri Maffray. Im Namen der Mannschaft und im Namen des FC Köln bedanken wir uns für die super Zusammenarbeit, für das Riesenengagement des Fan-Projekts und wünschen euch zum Jubiläum natürlich alles erdenklich Gute. Ich brauche mich bis bald. Liebes Fan-Projekt, ich wünsche euch alles Gute zum 25. Geburtstag. Liebes Fan-Projekt, viele Grüße hier vom Geißbockheim. Alles Gute zum 25. Jubiläum. Ich weiß, dass ihr uns immer famos unterstützt, immer für uns da seid. Wir versuchen ein Stück weit das auch zurückzugeben und momentan läuft es ja dementsprechend. Deswegen sind wir sehr stolz darauf und hoffen weiter auf eure Unterstützung. Vielen Dank für alles, euer Team. Ja, hallo zusammen. 25 Jahre Fan-Projekt, eine tolle Sache. Wir sind sowieso immer total dankbar für jeden Support auswärts und wir treffen uns ja ganz häufig auf der Autobahn und überholen uns irgendwie mit den Bussen. Und ja, wir sind sehr dankbar als Truppe dafür, dass es euch gibt und wir wünschen euch natürlich weiterhin tolle 25 Jahre, dass ihr da nicht 50 draus macht. Bis dahin, euer Käse. Alles Gute zum 25. Jubiläum. Hat jetzt 25 Jahre geklappt und hoffen wir auf weitere 25 Jahre. Ja, liebes Fan-Projekt. Alles Gute zum 25. Jubiläum. Ja, liebes Fan-Projekt. 25 Jahre bestehen. Das ist gar nicht so schlecht und ja, ich wünsche euch natürlich alles, alles Gute, dass noch viele Jahre dazukommen und ja, freut mich natürlich über so einen langen Zeitraum. Ja, feiert schön. Genießt den Tag und ich hoffe, dass ihr noch lange, lange sehr gute Arbeiten von FC abliefern werdet. Ja, liebe Fans 1991, ich möchte euch ganz, ganz herzlich gratulieren zu 25. Jubiläum. Für uns ist das Fan-Projekt ein ganz wichtiger Teil des 1. FC Köln und die Arbeit, die ihr im sozialen Bereich macht, finde ich sensationell. Ich wünsche, dass das so weitergeht. Ich helfe euch, wie immer ich kann und wünsche auf jeden Fall noch weitere 25 Jahre mit viel Erfolg. Alles Gute. 25 Jahre Fan-Projekt des 1. FC Köln, 25 Jahre Fans 1991. Unglaublich, wie die Zeit vergangen ist, was aus diesem, man würde heute sagen, Start-up geworden ist. Fast eine Million Euro Umsatz, drei festangestellte Mitarbeiter, viele, viele Dinge, gerade auch im sozialen Bereich, die getätigt worden sind. Ich kann nur sagen, toll, danke an alle, die daran mitgearbeitet haben, in den letzten 25 Jahren, in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit, was aus diesem Projekt geworden ist. Es ist ja kein Projekt mehr, es ist heute Fans 1991. Ich hoffe, dass wir noch viele, viele Jahre, nochmal 25 Jahre drauf kriegen und uns riesig freuen können an der Arbeit. Jedes Einzelnen hier bei Fans 1991 und sagt nochmal, herzlichen Glückwunsch und bleibt, wie ihr seid.